Oh, Abfall, Abfall, das ist mein Zuhause. Das war so ein Urknall. Dieser Film war sozusagen, also, ich sag mal so, das, was vielleicht der Farbfilm mal war oder der Tonfilm, war Toy Story für den Animationsfilm. Und das, sowas hat man vorher einfach noch nicht gesehen und dass das überhaupt geht und funktioniert. Und klar, aus heutiger Sicht sieht man das, dass das der erste Film war. Also da haben sich die Sehgewohnheiten massiv verändert. Das finde ich auch hier schwerst beeindruckend, wie fotorealistisch das auch teilweise ist und wie echt das mittlerweile aussieht und wie detailverliebt. Ob das jetzt einfach so eine Struktur ist auf der Teerstraße oder wenn so Reflexionen zu sehen sind oder so Kleinigkeiten, die sich dann so bewegen und das wahnsinnig liebevoll gemacht. Also insofern ist Toy Story immer, es wird immer verbunden sein mit dem Startschuss für diese Art von Film. Und ich glaube, daher kommt dieser Kultfaktor. Na ja, das ist Woody. Woody ist oder war damals das Lieblingsspielzeug von Andy. Ist natürlich nicht mehr ganz so angesagt wie die Spielsachen von früher. Also man hat mehr Konkurrenz bekommen. Aber er kämpft natürlich nach wie vor dafür, für sein Kind da zu sein. Es ist ein Spielzeug mit Leib und Seele und steht zu seinen Verantwortung, aber muss natürlich auch lernen, loszulassen. Irgendwann gehen die Kinder halt ihren eigenen Weg und dann ist man vielleicht nicht mehr so angesagt. Und ich glaube, das Schlimmste für so ein Spielzeug ist eben dann entweder ein verloren gegangenes Spielzeug zu werden oder ein nicht mehr geliebtes Spielzeug. Und da geht es auch ein Stück weit darum, um diesen Film. Ich finde es eine ganz süße Idee, dass Kinder natürlich auch irgendwann mal in die Situation kommen, sich eigene Spielzeuge zu erschaffen, wenn sie nichts haben. Also wenn man so auch neu in so eine Klasse reinkommt und noch keine Freunde hat, dann macht man sich vielleicht einen. Und so entsteht also Forky. Und Forky ist, mag ich sehr, muss ich gestehen, eigentlich, sorry Jungs, aber meine neue Lieblingsfigur in diesem Film. Ist eine zusammengebaute Figur aus einer Gabel oder so, ich weiß gar nicht, Göffel sagt man sogar dazu. Also eine Mischung aus Gabel und Löffel. Und daraus bastelt sich jetzt diese Bonny ein Spielzeug. Und weil natürlich dieses Spielzeug weiß, wo es herkommt, nämlich aus dem Müll, denkt Forky die ganze Zeit, dass er eben Abfall ist und findet das aber gar nicht schlimm. Wenn er also jetzt eine Mülltonne sieht und sagt, oh Abfall, Abfall, das ist mein Zuhause, ich bin Abfall, ich bin Abfall. Finde ich total süß, dass man da auch so mit umgehen kann. Dass man sagt, ja klar, ich bin Abfall, ich stehe dazu. Und es gelingt dieser Figur tatsächlich, Emotionen zu entlocken. Also dass diese kleine zusammengebastelte Figur, die ja eigentlich jetzt nicht besonders niedlich erstmal per se aussieht, die sieht halt irgendwie ein bisschen schräg aus. Und das macht sie aber so charmant, weil sie so simpel ist und so einfach. Und man kann sie so nachempfinden, die Figur, das finde ich toll. Naja, das sind nur die zwei Jungs, die haben die größte Klappe. Ja, die denken nur auch, dass sie die Hauptfiguren sind, weil sie halt auch der Hauptgewinn sind in dieser komischen Schießbude. Das sind hier Bunny und Ducky. Zwei Buddies, würde ich mal sagen. Die glauben alles zu wissen und wissen genau, wie es läuft. Sind sozusagen Boys in the Hood. Und das mag ich ja auch an Figuren. Also Figuren, die sich so per se selber überschätzen und dann, ich sag mal, auch tief fallen können. Und das trifft bei den beiden häufig zu. Das lebt grundsätzlich immer von der Idee. Ich sag jetzt mal, Monster, die vor Kindern Angst haben. Ein Klauenfisch, der keine Witze erzählen kann. Es sind alles so Ansätze, die finde ich mal grundsätzlich immer sehr stark. Sehr einfach und sehr stark. Und Spielsachen, die nicht mehr bespielt werden. Das ist für die ein Riesending, ein Riesenschicksal. Und einfach daraus, aus diesen Situationen, dann Szenen zu schreiben oder einen Film zu machen und die Leute damit zu unterhalten, finde ich großartig. Das ist für die Einigung von der ersten Augen. Das ist für die Einigung von der ersten Augen. Das ist für die Einig